Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Herr Ammers, diese roten Dachsteine sind Ihre Produktneuerung? Genau, es ist eine Neuheit. Wir haben gedacht, viele Händler haben uns darauf angesprochen, viele Kunden haben uns darauf angesprochen, dass man eigentlich so den Fokus der Konstruktionsbausteine immer mehr zu Themenwelten hinführt. Aber das Bauen an sich weg ist und jedes Kind baut ein Haus. Bisher konnte man keine Dächer draufsetzen, unglaublich, aber bisher gab es das nicht. Jetzt kann man ein Dach auf das Haus bauen, für Kinder ab anderthalb Jahren. Und das ist kompatibel mit Bausteinen anderer Hersteller, deshalb kann man Suppen verbinden. Also wenn ich die großen vier Buchstaben aus Dänemark habe, dann kann ich da Ihre Bausteine draufsetzen? Können Sie quasi endlich Dacheinweihung feiern, also Richtfest feiern sozusagen. Und wird anders als die vier Buchstaben in Deutschland hergestellt. Es gibt zwei verschiedene Sets, in dem kleineren Set ist das Satteldach drin, das ist auch in jeder Baugenehmigung gemahlerweise abgedeckt, das kriegt man hin. Bei dem größeren Set sind noch ein paar Fürststeine, vor allem die so Spitzen, ein L, ein T-Stein. So ganz außergewöhnliche Steine. Da kann man ganz abgedrehte Formen mitbauen, kann man das eigene Elternhaus oder irgendein Haus oder ein Rathaus, wie auch immer, nachbauen, was man gerade so hat. Für den Baulöwen von morgen. Genau, für die Immobilie-Mogule. Vielen Dank. Gerne. Wurde Ihnen präsentiert von Die Joyeaux, mein Pool.